Willkommen zurück, let's play Half-Life 2 mit dem Kringel dort oben. Ich habe eine neue Waffe bekommen, ich bin Gordon Freeman, euer Darth Vader spielt ihn und jetzt geht's ab hier. Wow. Junge. Wap. Ihr wolltet das so. Äh, das wollte ich aber nicht so. Äh. Ja, ja, ist okay. Bam. Haben die das Ding getunt? Ist das schneller geworden, das Ding? Verdammt, diese komischen revolutionären Affen mit meiner, mit meiner, äh, Sushi getan. Ich nenne dieses Fahrzeug jetzt Sushi. Denn ich mache Sushi aus euch. Ah, sehr gut. Life Points. Das hat gedröhnt in die Ohren. Ne, 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 ne. Du nicht, Kollege. Nichts mit Außerirdische und so. Haha, knappes Ding, aber doch geschafft. Oh, oh. Glück gehabt. Für einen kurzen Moment dachte ich, das wäre es aus gewesen. So, gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Kann sich gleich wieder hinlegen, Junge. Oh, sehr schön. Kann ich jetzt auch mit dem Ding hier schon springen? Sehr gut. Was haben wir denn hier schon? Oh, Supply. Sehr gut. Ich finde die Dinger gruselig. Ich steig mal lieber wieder in mein Fahrzeug. Quick Save. Ähm, Quick Save. Erledigt. Ram. So, dann fahren wir jetzt diesmal hier entlang. Na, das ist aber gut. Das war hier mal richtig tricky hier eingebaut. Das Ram genau hier hinzustellen. So. So. Au. Oh, das hat... Okay, das war... Aua. War doch nicht so die gute Idee, was ich da gerade gemacht habe. Aber egal. Ich finde noch einen Weg. Von da rollen Fässer. Kommt da noch was? So. Kommt da jetzt noch was? Oh, ich habe doch... Aua. Au, das hat sehr dolle wehgetan. Ja, schönen guten Tag. Hi. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Schön, dass ihr nicht ganz so lange bleibt. So ein bisschen langsamer. Genau. Ah, elf Life Points, alter. Elf... Health Points. Gefällt mir gar nicht so. Na, schon besser. Quick Save. Schöne Stelle zum Parken hier. Hoppla. Das geht mir falsch. Das geht mir falsch. Aber ich habe an diese Stelle hier gedacht. Ich muss nur herausfinden, wie man hier... Wo das Ganze hier richtig war. Au. So, ich weiß, dass man hier irgendwie... Rückwärts und dann dahin und dann... Wo ist der richtige Durchgang? Ist die Frage. Ich muss hier hinten irgendwo... Ich muss hier hinten irgendwo... Durch. Aber wo? Hier nicht. Ah, ja. Okay. Ja, ja. Ist ja gut. Geht doch. Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht hier. Egal. Ich bin durch. Jetzt bloß keinen Fehler machen, Jungs hier. Ja, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Und da lang. Nein, noch nicht. Voll daneben. Da lang. Oh, hier ist noch was. Ah, das ist vielleicht auch der richtige Weg. Ah, Ladesequenz. Sehr schön. Das muss der richtige Weg sein. Mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. Hallo. Gordon hier. Ist da jemand? Habt ihr mich lieb? Mama. Ich weiß nicht, was du bist, aber du bist tot. Ach, du bist ein Baumstamm. Ja, du bist tot. Gut. Gucken wir mal gucken, was ich hier so finde. Ich finde hier ein Schiffrum. Ich finde... Ja, ja, ja. Supply, 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 supply. Gut. Lüück. Hat sich gelohnt. Was ist das denn? Da ist noch eine Kiste. Ah. Da ist auch noch eine Kiste. Erstmal Kisten sammeln hier. Sehr schön. Ich glaube, das wird notwendig... Oh, ja. Ich glaube, das wird wirklich notwendig sein. Ich habe so eine Befürchtung, was hier gleich kommt und passiert. Dementsprechend nochmal quicksafen. Ja, da kommt's. Da kommt's. Du verdrückst dich erstmal, Kollege. Oh, oh, oh. Ganz böse. Wo ist der Hubschrauber? Wo ist er? Da ist er. Tschüss. Weg mit dir. So, jetzt mal nochmal gucken. Das hier ist, glaube ich, dieser Staudamm oder so. Uncool. Haha, überlebt. Junge. Du bist er. Da bist er. So. Komm her, hier. Hey. Hör auf, dich so weit zu drehen. Ah, endlich ist er weg. So. Kriege ich da eine Waffe? Ach, Mann. Warum kann's nicht so schön wie ein Megaman sein? Waffe geklaut. Alles schön. So, ich würde jetzt erstmal sagen, ich suche mir nochmal ein paar Kisten. In denen vielleicht nochmal ein bisschen Life Points drin sind und anderes Kleinkram. Oh, ja. Das hat sich gelohnt. Alles klar. Gut. Solange die auf zwei Füßen unterwegs sind, ist das alles hier halb so wild. Aber bloß keine schweren Geschütze mehr, bitte. So. Hier geht's nicht lang. Da auch nicht. Ah, da ist doch... Ne, da ist doch keine Kiste. Ähm, ich glaube, wir müssen hier hoch irgendwie. Die Frage ist nur, wie und wo? Okay, ich suche mal einen kleinen Weg. Mann, ein bisschen schleichen hier. Hüpf, hüpf. Na los, mach das Tor auf hier. Achso, ja. Das Tor aufmachen vielleicht. Na los. Und wie hoch geht denn das hier noch? Ah, das funktioniert. Klatsch. Sehr gut. Ich würde fast sagen, ich bin hier richtig. Ja, doch. Das ist hier ganz... Bist du Barney? Nein, du bist im Combine. Sehr gut. Du gehörst so. Schlaf weiter. Ähm... Hoppla. Oh, daneben. Und der Knarre macht es einfach mehr Spaß, die Typen zu zerlegen. Kann man hier rein? So. Euch habe ich auch. Dankeschön. Und nom, 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 nom. Das ist meine Antwort an euch. Und so. Die Waffe ist aber nur cool. Die Handgun, das ist echt... Boah, geil. Schön springen. Und gleich kommen hier wieder eine ganze Menge angetourt. Und ich bin ja nicht doof. Der ist kaputt. Der ist offen. Und... Ratet mal, wo mein Fahrzeug ist. Mein Fahrzeug ist... Wo ist mein Fahrzeug? Da drüben ist es hier. Da, 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 da. So, und was ich mit dem Fahrzeug mache und wie ich hier weiterkomme, das sehen wir dann gleich in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, let's play Half-Life 2. Bis gleich. Tschüss. Später. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie auch immer.